Ja, Hallihallo ihr Lieben, wir sind hier in World of Warcraft Rathos the Lich King Classic in der Vision 343, sind jetzt hier in Nordend Zuldrak, Altar von Harkor, sind bei Harkor, nehmen jetzt die Quest das Blut eines Toten Gottes an, Harkor hat euch gebeten sieben Blutproben von Mammtod zu sammeln, bringt sie zu ihr am Altar von Harkor, 12 Gold 84 Blut ist hier oben, dann mal auf da hin so also wie wir sehen, tropft da nicht jeder eins so 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 mit erstes Blut haben wir 7 brauchen wir 2 von 7 3 von 7 4 von 7 also noch 3 5 von 7 6 von 7 fehlt noch 1 wir geben uns mal anregen so 7 von 7 haben also jetzt hier das Blut fertig wir können zurück zurück blut von einem tod blut eines toten gottes ist damit abgeschlossen ich sage vielen dank fürs zuschauen schaltet gerne wieder ein lasst gerne like und abo da schaltet gerne mal auf mein twitch kanal ist verlinkt im youtube kanal und damit bis zum nächsten mal